Wie ist die Möglichkeit des digitalen Myelom-Forums? Wir haben unter anderem Fragen der Knochenmarkpunktion, Covid, sicher ein ganz wichtiges Thema. Da haben wir Prof. Kurzei gewinnen können, der dazu sprechen wird und werden auch vieles über neue Konzepte hören. Ich werde heute meinen Vortrag in zwei Hälften teilen, da leider Prof. Stuhler nicht zur Verfügung steht, würde ich den Teil der Immuntherapie dann zum Schluss nochmal versuchen darzustellen. Ich würde meinen Vortrag sozusagen dann aufteilen in neue Therapiemöglichkeiten bei Multiple Myelom ohne Immuntherapie und am Ende dann nochmal Möglichkeiten der Immuntherapie auch mit neuen Entwicklungen aus Würzburg dann referieren. Jetzt zunächst mal zum, ich weiß, dass auch Patienten dabei sind, die bisher nicht behandelt worden sind oder die ganz früh in ihrer Behandlungsphase stehen. nochmal die Frage, und das ist auch wichtig, wann muss ein Myelom-Patient behandelt werden? Und hier ist eine ganz wichtige Botschaft, dass wir nicht mehr darauf warten, das war früher immer der Fall, bis das Myelom dann tatsächlich Organe geschädigt hat. Und welche Organe werden beim Myelom geschädigt? Das eine ist ganz sicher und am häufigsten ist der Knochen. Wenn es zu Knochenzerstörung kommt, indirekt durch die Myelom-Zellen oder wenn das Knochenmark stark durch die Myelom-Zellen infiltriert wird, dann kommt es zum Abfall der roten Blutkörperchen. Es kann bei verstärkter Produktion vor allem von sogenannten Leichketten auch zu einer Nierenfunktionsstörung kommen und es kann zu einer Erhöhung vom Serum Calcium kommen. Und durch den Immundefekt, der mit einem Myelom immer wieder einhergeht, auch zu Infektionen. Und das sind also früher die Dinge, auf die man gewartet hat und erst dann hat man den Patienten mit seinem Myelom angefangen zu behandeln. Nun, das hat sich inzwischen verändert. Man hat sogenannte Slim-Krepp-Kriterien eingeführt. Das heißt, wir schauen immer wieder im Knochenmark nach, wie viele Plasmazellen sind dort vorhanden. Und wenn mehr als 60 Prozent Plasmazellen im Knochenmark nachweisbar sind oder wenn diese freien Leichketten einen bestimmten Wert überschritten, haben oder wenn im Kernspinn mehr als eine Fokal-Lässion gefunden wird, beginnen wir mit der Therapie. Und hier vielleicht nochmal eine Erklärung, warum wir jetzt früher mit der Therapie beginnen. Hier geht es um die Knochenmarkinfiltration. Oben in blau dargestellt sind die Patienten, bei denen die Knochenmarkinfiltration noch unter 60 Prozent beträgt. Und Sie sehen, dass es hier doch auch nach zehn Jahren noch etwa 50 Prozent der Patienten gibt, bei denen letztendlich die Krankheit nach wie vor stabil ist. Man nennt es dann ein sogenanntes Smoldering Myeloma, während bei den Patienten, die über 60 Prozent Knochenmarkinfiltration haben, es sehr, sehr rasch zum Progress kommt. Das heißt, diese Organstörungen, die ich dargestellt habe, treten bei diesen Patienten sehr rasch ein. Und deshalb werden diese Patienten ähnlich wie die Patienten mit der entsprechenden Ratio ihrer Leichketten oder mit der mehr als einen Fokal-Lässion im Kernspinn dann auch behandelt. Wie behandelt man jetzt den Patienten? Und das sind jetzt sozusagen die ganz neuen europäischen Empfehlungen, wie ein Patient mit einem Myeloma zu behandeln ist. Die erste Frage, die sich für uns immer wieder stellt, ist der Patient für eine autologische Stammzelltransplantation geeignet, ja oder nein? Falls er dafür geeignet ist, werden jetzt zunehmend sogenannte vier Medikamente oder Four Drug Regiments, wie das so schön neudeutsch heißt, dann eingesetzt. Darauf werde ich nachher nochmal eingehen. Das wird dann gefolgt von einer Hochdosis-Therapie. Bei Hochrisikosituationen wird dann häufig eine zweite Transplantation durchgeführt. Und wenn der Patient immer noch nicht optimal angesprochen hat, wird dann immer wieder auch noch zusätzlich eine sogenannte Konsolidierungstherapie durchgeführt. Und dann kommt es zur Erhaltungstherapie, die bisher mit Revlimit durchgeführt wird. Aber auch hier gibt es neue Entwicklungen. Ich gehe jetzt mal zunächst mal auf die Patienten ein oder überhaupt nochmal zur Frage, warum überhaupt die Stammzelltransplantation? Hier muss man klar sagen, es gibt, und es sind sehr alte Daten, die zum Teil schon über zehn Jahre alt sind, die zeigen, dass ein Patient, der nach einer Stammzelltransplantation eine komplette Remission erreicht hat, auch eine gewisse Chance auf Langzeitkrankheitsfreiheit, das heißt auch Heilung hat. Und das bringt nur die Stammzelltransplantation. Von daher prüfen wir immer, ist eine Stammzelltransplantation möglich, ja oder nein? Sie sehen hier in blau dargestellt, es waren Kurven, die man vor etwa zehn Jahren generiert hat. Die Patienten, die eine komplette Remission haben, haben eine Chance von etwa 35 Prozent, nach elf Jahren immer noch krankheitsfrei zu sein. Also das ist eigentlich unser Ziel. Wie erreichen wir dieses Ziel und was gibt es an neuen Substanzen? Neue Substanzen oder neue Kombinationen sind häufig ein Proteosominhibitor, das heißt Bottezumib oder Velcate oder auch Carfilzumib, die da jetzt in der Erstlinientherapie in verschiedenen Protokollen eingesetzt werden, dann kombiniert mit einem IMIT, also hier häufig Revlimit. Und Sie sehen in dieser Studie, das ist die sogenannte Forte-Studie, wo man nochmal die Frage gestellt hat, muss man denn mit den vielen neuen Substanzen, die man jetzt verfügbar hat, wirklich noch Stammzelltransplantieren? Mal, dass ich hier eine moderne Kombination gewählt, die in Deutschland noch gar nicht zugelassen ist, KRD und eben Vor- und Nachtransplantation, das durchgeführt. Und hier zeigt sich eben auch in dieser Studie wiederum, dass trotz dieser optimalen und bei uns noch nicht mal zugelassenen Vorbehandlung nach wie vor für alle Patienten, ob sie Standardrisiko, Hochrisiko oder Ultrahochrisikopatienten sind, dass immer die Transplantation eine deutlich verbesserte Krankheitskontrolle bringt. Und von daher sollte man nach wie vor grundsätzlich, wenn das möglich ist, eine Stammzelltransplantation durchführen. Eine Frage, die zunehmend diskutiert wird, sind dann die Erhaltungstherapien, wo eben jetzt eben nicht mehr das Lenalidomid alleine eingesetzt wird, sondern das Ganze ergänzt wird durch weitere Substanzen. Und in dieser Studie hat man Carfilzomib noch zusätzlich eingesetzt. Und sehen, auch hier alle Patienten haben von dieser erweiterten Erhaltungstherapie profitiert. Hier auch noch mal grafisch dargestellt, die Zugabe von Carfilzomib hat in allen Patientengruppen Standardrisiko, Hochrisiko und Ultrahochrisikopatienten eine Verbesserung, eine signifikante Verbesserung des progressionsfreien Überlebens gebracht. Das hat dazu geführt, dass wir letztendlich das im Augenblick auch in der deutschen Studiengruppe Multiple Myelom noch mal testen. Wir haben diese Kombination, die man in dieser Vorderstudie als die optimale Induktionstherapie gefunden hat, KRD jetzt ausgewählt, ergänzendes um einen Antikörper Elotuzumab und führen eine Erhaltungstherapie mit Elotuzumab und Lenalidomid, also auch einer erweiterten Erhaltungstherapie, durch. Warum diese vier Medikamente wahrscheinlich bald der Standard sein werden, hat diese Studie gezeigt, Cassiopeia. Hier hat man gezeigt, dass wenn man eben zu einer Dreierkombination, hier in dem Fall ein Bordezumib-Haltiges-Schema und ein IMID, noch ein Antikörper, hier in diesem Falle Daratumumab, Mitte zugibt, dann, das sehen Sie, an diesen Kurven, blau, gelb und grün, ist die Krankheitskontrolle, die langfristige Krankheitskontrolle viel besser, als wenn man Antikörper eben nicht einsetzt. Und was man so für die Zukunft in etwa annehmen darf an Therapieergebnissen, sehen Sie hier nochmal dargestellt, mit so einer Viererkombination unter Einschluss eines Antikörpers erreicht man inzwischen ein zwei Jahre erkrankungsfreies Überleben von 96 Prozent fast. Das sind also unglaubliche Ergebnisse, die man sich vor Jahren bei Myelom hat nicht träumen lassen, dass das möglich sein wird. Eine wichtige Frage ist immer wieder eine oder zwei Transplantationen. Auch hier hat eine große europäische Studie Ergebnisse gezeigt. Hier ist die Doppeltransplantation roh dargestellt, der einfachen Transplantation gegenüber überlegen. Also es bringt eine deutliche Verbesserung des progressionsfreien Überlebens. Und wo der Unterschied besonders dramatisch ist, sind Patienten, die Hochrisikokriterien aufweisen. Da bringt die doppelte Transplantation tatsächlich auch eine Verdoppelung des erkrankungsfreien Überlebens. Deshalb werden wir bei diesen Patienten grundsätzlich die Hochdosis-Therapie zweimal durchführen. Was kann man jetzt erreichen, wenn ein Patient nicht mehr für eine Transplantation in Frage kommt? Auch hier gibt es dramatische Verbesserungen der Therapieergebnisse. Sie sehen hier zwei Studien. Und das Entscheidende an diesen Studien, dass immer die obere Kurve ist mit Antikörper, die andere, die untere ohne Antikörper. Also Sie sehen auch beim älteren Patienten, der nicht mehr für eine Transplantation geeignet ist, wird der Antikörper zunehmend in Ergänzung zu einer Standardtherapie durchgeführt. Und da hat man was erreicht, was man sich auch vor Jahren hat nicht erträumen lassen. Man hat hier eine erkrankungsfreie Zeit unter einer Primärtherapie, jetzt hier mit Daratumumab, Lenalidomid und Dacdexamethason von über fünf Jahren. Also wirklich ein sensationelles Ergebnis. Und ich glaube einfach, wir haben in den letzten vier, fünf Jahren nochmals dramatische Fortschritte in der Behandlung des multiplen Myeloms gemacht. Wo stehen wir denn im Augenblick? Was ist sozusagen das, was wir mit den Therapien, die wir jetzt standardmäßig verfügbar haben, erreichen können? Für Patienten, die nicht für eine Transplantation geeignet sind, gehen wir davon aus, dass wir mehr als sieben Jahre überleben mit diesen neuen Therapien. Und da sind noch nicht die ganz neuesten Therapien inkludiert, erreichen können. Und bei transplantierten Patienten wird das Ganze mindestens zwölf Jahre betragen. Wo geht es hin? Was ganz wichtig ist, dass wir zunehmend versuchen, die sogenannte MRD-negative komplette Remission zu erreichen. Das heißt, wir versuchen eine Remission zu erreichen, die bedeutet, dass wir mit einer Empfindlichkeit von einer Tumorzelle pro einer Million Knochenmarkzellen keinen Tumorzellnachweis mehr führen können. Gelingt es, dieses Ergebnis zu erreichen, kann man auch bei Hochrisiko- und Ultrahochrisikopatienten von einer langfristigen Krankheitskontrolle ausgehen. Und für diese Patienten ist es ganz wichtig, dass man eben die Doppeltransplantation und eine weitere Therapie auch nach Transplantation noch durchführt, falls der Patient noch nicht diese optimale Remission erreicht hat. Also wir zielen immer mehr darauf, die Remissionsqualität zu optimieren. Das heißt, möglichst so lange zu behandeln, bis wir mit den empfindlichsten Methoden keine Tumorzelle mehr nachweisen können. Was passiert jetzt im Rückfall? Und da wird es also sehr, sehr kompliziert, weil natürlich die Patienten immer mehr und immer unterschiedlicher vorbehandelt sind. Hier spielt vor allem die Vorbehandlung mit Lenalidomid eine wichtige Rolle. Wenn eine Lenalidomid-Vorbehandlung da war, aber der Patient auf Lenalidomid noch angesprochen hat, das heißt nicht unter Lenalidomid sozusagen einen Rückfall oder einen Progress erleidet, dann ist sicher Daratumumab-Revli mit Dexamethason eine sehr gute Therapie. Alternativ können Carfilzomib, Ixazomib-haltige, Elotuzomab-haltige, auch Carfilzomib-haltige Schemata eingesetzt werden. Wenn das Ganze unter Lenalidomid, und das sehen wir immer mehr, auftritt, oder der Patient also praktisch unter Einnahme von Lenalidomid seinen Krankheitsprogress erleidet, dann sind es vor allem Kombinationen mit Carfilzomib, Pomalidomid, Plus-Minus-Daratumumab oder Isatuximab-Neuer-Antikörper, der gegen CD38 gerichtet ist. Ganz wichtige Therapieansätze. Hier sehen Sie mal, wie komplex das inzwischen geworden ist. Ich will hier nicht mit durchgehen, aber Sie sehen, es ist selbst für die Spezialisten wird es immer schwieriger, noch die richtige Therapie für den einzelnen Patienten dann zu finden. Und hier spielen verschiedene Dinge dann letztendlich für die Therapieentscheidung eine Rolle. Wo sind unsere, man sagt immer, ungelösten medizinischen Probleme? Wo müssen wir uns noch wirklich deutlich verbessern? Das eine sind die Patienten, das sehen wir jetzt doch zunehmend, die eben vorbehandelt sind mit Bordezomib, Revlimid, Daratumumab und Carfilzomib. Wenn man da sozusagen nicht mehr anspricht, dann wird natürlich das Therapieergebnis sehr schwierig. Und hier kommen, und das werde ich dann im zweiten Teil meines Vortrags darstellen, auch die Immuntherapien zunehmend zur Anwendung. Ein anderes Problem, was man ganz klar beschreiben muss, sind Patienten, die einen frühen Rückfall haben. Also wenn es innerhalb von einem Jahr oder 18 Monaten nach Stammzelltransplantation oder nach einer guten anderen Therapie zum Rückfall kommt, dann hat der Patient unabhängig von seiner Zytogenetik, also der Veränderung der Erbsubstanz in den Tumorzellen, kommt es dann zu einer schlechten Prognose. Hier muss man dann neue Therapien auch hier evaluieren. Und die zweite Gruppe, wo man sehr große Probleme hat für eine langfristige Tumorkontrolle, sind Patienten, die sogenannte Ultra-Risikokriterien aufweisen. Das nennt man sogenanntes Double-Hit-Myelom. Das heißt, wenn an beiden Chromosomen das TB53-Gen verändert ist oder noch ein anderes Gen verändert ist, dann wird es besonders schwierig, den Patienten gut zu behandeln. Und hier spielt vor allem das Erreichen dieser kompletten Remission eine ganz wichtige Rolle. Was sind jetzt außerhalb von den neuen Immuntherapien neue therapeutische Ansätze? Hier gibt es die sogenannten Cell-Mods. Sie kennen ja das Lenalidomid und das Pomalidomid. Sie wissen, dass Patienten, die auf Lenalidomid nicht mehr ansprechen, auf Pomalidomid noch eine ganz gute Ansprechwahrscheinlichkeit haben. Und hier gibt es jetzt neue Entwicklungen. Iberdomid, ohne Substanz, die noch gar keinen Namen hat, CC92480. Und das sind beides Weiterentwicklungen von Lenalidomid, Pomalidomid mit einer hohen Wirksamkeit. Und die sind auch noch wirksam, wenn der Patient zum Beispiel auf Daratumumab-Revlimid oder Daratumumab-Pomalidomid oder Isatuximab-Pomalidomid nicht mehr anspricht. Also von daher sehr, sehr spannende neue Substanzen, die zum Teil mit Carfilzomib und auch Daratumumab schon evaluiert werden. Herr Professor Korthin wird nachher nochmal über die Knochenmark-Untersuchung sprechen. Hier ist die Frage, was sind die Fragen, die wir letztendlich mit der Knochenmark-Punktion beantworten wollen. Natürlich muss sich behandeln, hat er mehr als 60% Infiltration, um die Prognose abschätzen zu können und auch um neue Substanzen für den Patienten zu identifizieren. Ein Beispiel hier, das war jetzt ein Patient, der hat auch die bekannten Medikamente, Revlimid, Pomalidomid, Velcade, Carfilzomib, Kryprolis, Dexamethason nicht mehr angesprochen. Also war sozusagen nach den damaligen Kriterien austherapiert. Und wir haben dann eine Analyse seines Knochenmarks vorgenommen und hier zwei Veränderungen gefunden. Die Chromosom-Translokation L14 und die Mutation V600E. Und mit beiden Veränderungen gibt es neue Ansätze. Das eine ist, wenn diese BRAV-Mutation eben vorliegt, diese V600E-Mutation, dann kann man hier ein neues Medikament, Vemurafinib, einsetzen. Wir sehen, dass dieser Patient, der ein ganz frühes Rezidiv nach Stammzelltransplantation gehabt hat, extrem gut auf diese Therapie angesprochen hat. Also eine sehr gezielte Therapie seiner Mutation in seinen Tumorzellen. Und der zweite Ansatz ist diese L14-Translokation. Das heißt eine Umverlagerung von Erbsubstanzen zwischen Chromosom 11 und 14. Wenn diese Veränderung vorliegt, dann sehen Sie immer auf dem linken Balken, ist eine ganz hohe Ansprechrate auf die neue Substanz Venetoclax gegeben, während die Patienten, die diese L14-Translokation aufweisen, praktisch nicht ansprechen. Also für diese spezielle Subgruppe etwa 11 bis 15 Prozent der Patienten hier ein neuer Ansatz. Und hier mal ein Beispiel. Das war ein Patient, der uns dann von auswärts vorgestellt wurde, der sozusagen VCD-Revli-Mithaltige, Daratumumapomalidomithaltige Schemata Stammzelltransplantation bekommen hat, auf nichts angesprochen hat. Und dann haben wir ihn mit dieser Venetoclax-Therapie behandelt. Sie sehen das in der Super-Emissionkammer. Wir haben mehrere dieser ähnlichen Fälle. Also das macht absolut Sinn, nach dieser L14-Translokation zu schauen. Der andere neue Substanz, die eben auch sehr spannend ist, ist das Belantamap, Maphototin oder Blenrep. Das ist eine Kombination eines Antikörpers, der gegen BCMA gerichtet ist, und einer chemotherapeutisch wirksamen Substanz. Das heißt, das ist eine Kombination aus Antikörper und Zytostaticum. Und Sie sehen, dass bei auch deutlich vorbehandelnden Patienten eine hohe Ansprechrate da ist und dass die Substanz besonders wirksam ist. Also eine gewisse Verminderung der Ansprechrate ist da, wenn der Patient mit Daratumumap vorbehandelt ist. Aber was Sie hier sehen, ist eine exzellente Ansprechrate. Dann, wenn die Kombination mit Pomalidomid und Dexamethason durchgeführt wird, wo wir praktisch 100 Prozent ansprechen und auch eine hohe Rate an kompletten Remissionen sehen. Das ist auch nochmal eine neue Substanz, die jetzt inzwischen auch in Deutschland verfügbar ist. Selinexor, sehr komplizierter Wirkmechanismus, greift in den sogenannten Kernporenkomplex oder den Kernexport ein. Und ich will Ihnen hier jetzt nicht den Mechanismus erklären, sondern einfach mal zeigen, was man bei Patienten, die sozusagen auf das, was bisher verfügbar ist, nicht mehr angesprochen haben, erreichen kann. Und die Ansprechrate liegt in einer Größenordnung von etwa 26 Prozent, mit immerhin auch Patienten, die sehr gute Remissionen erreichen. Und interessanterweise auch erfolgreich war bei Patienten, die nach einer KTZ-Therapie nicht mehr angesprochen haben oder einen Progress entwickelt haben. Und interessant auch bei dieser Schusssubstanz, Selinexor, dass gerade die Hochrisikogruppe mit Deletion 17p ein gutes Ansprechen zeigt. Und das letzte Beispiel ist hier das Melflufen. Das ist ein neuer Wirkmechanismus, eine Peptid-Wirkstoff-Konjugat, auch ein ganz neues Wirkprinzip. Und auch hier hat man bei Patienten, die sehr intensiv vorbehandelt waren, eben mit Fünflinien-Vortherapie, auch mit extra-medulärer Erkrankung, diese Substanz in Kombination mit Dexamethason, das Sie ja sehr gut kennen, eingesetzt. Und auch hier sieht man doch, dass es etwa 30 Prozent der Patienten gibt, die trotz massiver Vorbehandlung auf diese Kombination noch ansprechen. Also auch hier eine neue Therapieoption, die wir für Patienten mit massiver Vorbehandlung verfügbar haben. Und damit bin ich am Ende und freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Und dann können wir es auch hier sehen. Und dann können wir es auch hier sehen. Und dann können wir es auch hier sehen. Vielen Dank.